Kirche Lindenwiese, das sind wir, Menschen aus der Region, bodenständig und von Jesus begeistert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und wollen sie im Alltag leben. Liebe Libi-Familie, herzlich willkommen zum Impuls der Woche Nummer 85. Hast du in den letzten Tagen oder Wochen bewusst jemand eine Freude gemacht? Hast du in den letzten Tagen oder Wochen bewusst Zeit investiert, um Liebe zu schenken, um Gottes Liebe weiterzugeben, um jemand eine Freude zu machen, um jemand ein Segen zu sein? Nun, Weihnachten liegt hinter uns, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Wir haben heute jemand im Studio bei uns hier, den Thomas. Thomas, herzlich willkommen. Hallo Dan, danke, schön hier zu sein. Jawohl, ich freue mich auch, dass du da bist und Thomas hat Zeit investiert, um anderen Menschen eine Freude zu machen in Rumänien. Das ist ja eine Aktion, die wir jetzt seit einigen Jahren auch begleiten als Kirche Lindenwiese, die Aktion Eine kleine Freude machen. Und gemeinsam mit anderen Männern ist Thomas von der Lindenwiese aus mit dem sogenannten Livibus, der Kirchenbusfahrzeug, nach Rumänien an die Grenze zur Ukraine gefahren, um dort Menschen eine Freude zu machen, um dort Geschenke zu verteilen. Natürlich haben wir uns da mit eingebracht bei der Aktion, mit Finanzen, mit Gebet und jetzt interessiert uns, wie ist es gelaufen, was ist passiert, wie war die Wirkung dieser Aktion. Aber doch mal für alle, die vielleicht gar nicht so sehr im Bilde sind, die sich nicht ganz klar vorstellen können, was bedeutet, eine kleine Freude machen. Ich skizziere es mal kurz aus der Vogelperspektive und du wirst uns dann ein bisschen einführen, was dir also ein bisschen mehr Details geben. Also aus der Vogelperspektive, ein Bus fährt nach Rumänien. In Rumänien hat eine Kirche Geschenke vorbereitet, Lebensmittelpakete und ihr geht dann von Haus zu Haus in ärmeren Gegenden und verteilt diese Geschenke im Auftrag Gottes. So wäre jetzt mal die Vogelperspektive. Gib uns mal ein paar mehr Details, Thomas. Eine kleine Freude machen ist eine Aktion, die begonnen hat mit dem Cornelius, der selber aus Rumänien stammt. Eine kleine Freude machen gibt es jetzt seit über zehn Jahren. Es ist so, dass man in Rumänien Infrastruktur hat, also man hat da Gasteltern für die Zeit unseres Aufenthalts. Man hat eine Kirchengemeinde, wo auch die Jugendlichen beim Packen der Pakete mithelfen. Man hat eine Struktur von ehrenamtlichen Pastoren, die uns auch einen Weg weisert oder die sagen, wo in welcher Familie größere Not herrscht. Jetzt ist es seit Corona auch ein bisschen komplizierter. Das heißt, die letzten zwei Jahre wurden die Pakete in Rumänien gepackt, eben von den Jugendlichen. Was ich wichtig finde, auch mit rumänischen Lebensmitteln, weil ganz schlicht rumänische Nudeln rumänische Arbeitsplätze erhalten. Früher haben wir das alles in Deutschland gekauft, hier gepackt und runtergefahren. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank euch Spendern. Ohne die Spender wäre es gar nicht möglich. Wir konnten dieses Jahr 450 plus Lebensmittelpakete zusammenstellen und die unten eben verteilen. Es gab von einem Ulmer Kindergarten noch 70 Mal Weihnachten im Schuhkarton für kleine Kinder. Wir sind dieses Jahr mit dem Bus runtergefahren, weil es mir wichtig ist, dass es konkret sichtbar wird, dass sich hier Brüder und Schwestern Gedanken machen und im Namen Gottes versuchen, diese Not zu lindern. Dass es nicht anonym bleibt, sondern dass tatsächlich auch sichtbar wird, dass wir für die Leute einstehen und uns da solidarisch zeigen. Und dann fährt der bunt beklebte Livibus in diesen Gegenden rum und ihr geht dann mit großen Kartons von Haus zu Haus. Muss man sich das so vorstellen? Nicht ganz. Die Pakete sind zentral gepackt in der Partnergemeinde in Granitschesti, ist ein kleines Dorf, muss man nicht kennen. Wir nehmen uns dann Touren vor. Wir haben dieses Jahr eine neue Tour gemacht. Da gibt es ehrenamtliche Pastoren, die eben diese, die Rumänen sagen, Zigaunergemeinden betreuen. Und die wissen, wo die Not am größten ist. Wir haben dieses Jahr im Gebiet der Stadt Roman eine Tour gemacht und haben eben von den ehrenamtlichen Pastoren eine Liste, in welchem Haus Familie mit vielen Kindern oder Leute mit gesundheitlichen Problemen. Und genau da fahren wir hin. Also wir fahren nicht von Haus zu Haus, sondern wir fahren die Listen sozusagen ab und übergeben da, je nach Größe der Familie, ein oder mehrere Lebensmittelpakete und eben auch Paket Weihnachten im Schuhkarton. Und was läuft da so in deinem Inneren ab, wenn du zu so einer Familie kommst? Auf deiner Liste steht ja irgendein Name, du kannst dir ja nichts darunter vorstellen. Dann sieht man das Haus oder sieht die Behausung, die Menschen. Was passiert da innerlich? Zwei ganz starke Gefühle. Also das eine ist so tatsächlich diese Lebenssituation. Also man kann das ohne Übertreibung ein Slum nennen, was da passiert. Schlimm oder bedrückend aus unserer Sicht. Alles durcheinander, Müll, Kinder, Schweine, alles. Also furchtbare Verhältnisse zum Teil auch ohne Fenster, ohne gescheites Dach. Das ist schon sehr stark und auch bedrückend, so der Eindruck. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Vergnügen, da hinzugehen, zu unterstützen, eine kleine Freude zu machen und das Geld von den Spendern dort tatsächlich ankommen zu lassen, in Form von Lebensmitteln, wo es hingehört. Also so zweischneidig, so erklärt. Vergnügen, beschreib das noch ein bisschen. Naja, es ist eine Freude, es ist ein Privileg, diese Pakete, die ich ja auch im Auftrag übergebe, im Auftrag von Spendern, im Auftrag unseres Herrn, da einfach dabei zu sein und tatsächlich das praktisch zu tun. Und nicht irgendwie symbolisch irgendwas, sondern das tatsächlich von meiner Hand, tatsächlich ohne Umwege in die Hand der Bedürftigen zu geben, das ist schon auch was Starkes und was Beglückendes. Stark, ja, schön. Ich frage mich, wir reden ja oft, wenn wir die Aktion anschauen, über die Gefühle der Schenker. Wir reden aus unserer Sicht, bewerten wir die Situation vor Ort, die Lebensumstände. Das ist ja auch ganz normal, das geht ja auch gar nicht anders. Jesus sagt ja, wir sollen ja unsere Mitmenschen so behandeln, wie wir selber behandelt werden wollen. Das ist jetzt ein kleines Gedankenspiel. Würden wir die Situation umkehren? Stell dir vor, du wärst jetzt in einem Elendszustand und es käme ein Bus von Leuten aus Rumänien, die dir da helfen würden oder versuchen würden, deinen Schmerz zu lindern mit einem Paket. Was würde das in dir auslösen? Ich finde die Frage sehr speziell, Dan. Vielen Dank da dafür. Meine Generation und die jüngeren Leute, wir sind ja in Zentraleuropa, wir sind ja Wohlstandskinder. Wir haben ein Gefühl von Hunger, weiß ich nicht, einmal alle paar Jahre, wissen aber, dass wir den abstellen können. Da habe ich Erfahrungen von meinem Vater, das ist Baujahr 40. Das sagte ich einmal als kleines Kind in der Nachkriegszeit, hatten die Hunger, wann immer sie nicht geschlafen haben. Also das ist ein anderer Hunger, ein anderer Bedarf, als ich mir den vorstellen kann. Und ich bin wirklich überzeugt davon, wenn du eben da in Rumänien zur untersten Schicht gehörst und wirklich Hunger auch ein Thema ist und du Kinder hast und du keine Arbeit hast und es alles schwierige Rahmenbedingungen sind, dass ich mich tatsächlich freuen würde über rumänische Brüder und Schwestern, die an dich denken und du dann tatsächlich ausnahmsweise deine Kinder sagen kannst, Leute, heute gibt es ein warmes Mittagessen vor Weihnachten. Ja, ich würde mich freuen, obwohl ich mir das nicht wirklich vorstellen kann. Ich weiß, es ist wirklich schwer, sich das vorzustellen. Aber es geht ja auch darum, sich ein bisschen hineinzuversetzen in die Menschen, dass es auch gelingt, denke ich, auch auf Augenhöhe sich zu begegnen, wirklich als Brüder zu kommen und nicht als irgendwelche Mildwohltäter, die da jetzt sich ihre eigenen Gefühle befriedigen. Gab es, das würde mich auch interessieren, vor den Besuchern ein Gebet. Was war dein Gebet, dein inneres Gebet vielleicht, bevor du in so ein Haus gegangen bist oder so ein Geschenk überreicht hast? Meine Gebete am Anfang, die waren sehr egoistisch, muss ich sagen. Da ging es darum, dass die Fahrt zustande kommt. Da ging es darum, dass wir auf der Fahrt bewahrt werden, dass man auch mit Corona einen guten Umgang findet oder einfach davor Schlimmerem bewahrt wird. Wir haben dann in der Kleinkirche von dem neuen Verbindungspastor gebetet, direkt vor die Aktion, dass halt auch das gut geht und dass wir halt tatsächlich da auch Licht abstrahlen dürfen und im Namen Gottes unterwegs sind und dass das gelingt und dass das so wahrgenommen wird und dass das ankommt. Dein Eindruck jetzt, nach den zwei, drei Wochen, wo es jetzt her ist, du bist wieder zurück. Was bleibt für dich als dauerhafter Eindruck? Wie beim letzten Mal bleibt für mich tatsächlich eine tiefe Dankbarkeit für das, was wir hier haben. Auch wenn es hier natürlich nicht leichter wird durch Inflation, hohe Energiekosten, Corona und trotzdem lebe mir auf einem guten Niveau, haben wir ein gutes Leben, für das ich dankbar bin, für das wir dankbar sein sollten. Das bleibt so als mein erster Eindruck. Und dann musst du halt schon auch Sachen aushalten da. Du musst es schon auch aushalten, dass du nicht jedem was bringen kannst, was vor Ort auch manchmal zu Konflikten führt. Man muss es aushalten, dass es ein Tropfen auf den heißen Stein ist, dass wir natürlich nichts an der wirtschaftlichen Lage in Rumänien ändern und trotzdem, dass es trotzdem Sinn ergibt, das zu tun. Was bleibt ist, dass wir, wenn Gott will, das im kommenden Jahr bestimmt wieder durchführen, weil es Sinn ergibt. Und das immer wieder, es ist auch ein Abenteuer, aber halt ein Abenteuer, das auch Sinn ergibt und im Auftrag des Herrn stattfindet. Das hast du mehrfach gesagt, dieses Gesandtsein von Gott oder von quasi Bote auch für die Spender zu sein, dass das dieser Aktion nochmal einen Mehrwert gibt oder auch deinem eigenen Tun dort. Kannst du da noch einen Satz dazu sagen? Ja. Ich laufe jetzt da nicht rum und bin stolz wie Bolle. Also ich will es schon mit dem Mut verstanden haben, aber dass es halt einfach konkret wird. Ich bin da nicht theoretisch bei irgendwas dabei und weit entfernt von dem Ganzen, sondern ich bin da als Mitreisler in der glücklichen Lage ganz konkret und da Hilfe abzugeben, wo sie ist, ohne Zwischenwege und so. Das ist einfach schön. Also wenn du so ein Werkzeug Gottes sein darfst. Danke. Vielen Dank, Thomas. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr erfüllend ist zu wissen, ich bin hier sozusagen im Willen Gottes unterwegs. Ich bin hier wirklich für eine gute Sache, die dann sogar konkret, das konkret erfahrbar werden lässt und nicht nur Theorie bleibt, sondern die Menschen haben ja einen Mehrwert von eurem Besuch. Auch natürlich bei den vielen Fragen, die es natürlich dann trotzdem bleiben. Nochmal eine kurze Zusammenfassung von dir. Warum ist das Geld, das man spendet, für eine kleine Freude machen, gut investiertes Geld? Weil es einen konkreten Bedarf deckt an Lebensmitteln, weil es direkt bei den Bedürftigen ankommt, weil es uns eine Möglichkeit an die Hand gibt, in Gottes Sinne Nächstenliebe zu praktizieren und weil es sozusagen auch handgestrickt ist. Das heißt, wir sind mit ganz kurzen Wegen vom Spendentopf bis zur Übergabe vom Paket, es liegt in unserer Hand, da geht nichts schief, da entstehen keine Regiekosten. Das ist ganz direkt und das ist schön. Super. Gut, vielen herzlichen Dank, Thomas auch stark, dass du dich da so einbringst und ich denke, ich darf mich jetzt auch bei allen bedanken, die sich im weiteren Sinne da einbringen, die spenden, die beten, die den Bus warten übrigens, das ist auch jedes Jahr nochmal eine spezielle Aktion, einen Bus herzurichten für die Reise zur Ukraine und das machen wir jetzt ja schon viele Jahre, die sich da also im weiteren Sinn auch einbringen und so Teil sind dieser wertvollen Aktion, eine kleine Freude machen. Vielen Dank. In diesem Sinn, sei gesegnet, Seid gesegnet. Seid gesegnet.